Hallo Lieben, Christian Aschermeyer, Paartherapie, Beziehungsboot, in Hamburg und Berlin und so weiter. Kann auch Paartherapien bei mir machen, übrigens. Das vergesse ich immer zu sagen, meistens kreiere ich natürlich Content, gibt auch so ein paar Kurs und vielleicht wollte ich auch noch einsteigen in die Manifestationsstelle. Die läuft ja noch diesen Monat, sind jetzt auch noch einige eingestiegen. Ansonsten, wenn du mein Programm noch nicht kennst, fang einfach bei Modul 0 an, Modul 1, 2, guter Start und alles Weitere findest du auf liebeschip.de. Okay, ja, wir haben heute eine Nachricht von einem Mann, von Korsovkalow und ja, sehr poetische Mail und ja, geht um eine Dating-Situation im Urlaub und alles Weitere, was so als Hauptthema ist, seht ihr dann später im Titel, denke ich. Ansonsten, 30K-Challenge, abonniert meinen Kanal. Richtig geiler Content. Bis mein Buch rauskommt, würde ich wenigstens mal hier eine 30 stehen haben, also so geht es eigentlich nicht weiter, ja. So, Ahoi Christian, schon seit einiger Zeit verfolge ich deine Videos und diese haben mich schon des Öfteren vorm Kentern meines Khans des Lebens bewahrt. Seemännischen Dank dafür. Im August habe ich Nadjovskola in den 30ern und auf einer durchaus schönen mediterranen Insel, ne, habe ich, im August habe ich Nadjovskola auf einer durchaus schönen mediterranen Insel meine Endgegnerin getroffen. Wie eine Sirene saß sie vor mir am Meer, 10 Jahre jünger und schaute mich offensiv und barbusig über eine gestulte Stunde hinweg an. Ja, also mit der Erfahrung meiner 25 Jahre kann ich dir sagen, das ist schon, ich weiß, das ist, gibt es auch, muss man jetzt nicht groß über nachdenken, aber gibt es auch Untersuchungen zu, wenn, wenn, äh, Frauen sich so zeigen, als ich bin, äh, sexuell open, was sie hier tut, ähm, dass das, ähm, ja, für viele Männer anregend ist, logischerweise. Ähm, aber Frauen, die so dominant und forward sind, äh, sind häufig, bestimmt nicht alle, ne, aber häufig sehr toxisch, wenn, äh, und das ist, weil das ist schon eine Sache, die eben so sehr aus dem, was sie da macht, ist halt eine Sache, die kommt vermutlich sehr aus dem Ego, ich meine, sie kennt dich ja nicht, geht viel um Aufmerksamkeit, äh, generieren, was sie so mit dieser Art bestimmt macht, also auch so einen bestimmten energetischen Wirbel kreieren und im, äh, englischen Sprachraum redet man auch gern so von, ähm, von Sirenen, also die Frauen, die mit Männern in toxische Beziehungen kommen, wo man also liebessüchtig wird und, äh, ja, was ich halt an Mastbinden festbinden muss, ne, wie damals Odysseus für die griechischen Mythologie-Fans unter uns, ja. So, äh, na klar ging ich zu ihr hin und trotz Pochen im Herz, startete ganz entspannt die Unterhaltung und nach drei Stunden verabredeten wir uns am gleichen Abend auf eine Schnabulanz, das ist jetzt nicht meine Worte, äh, in einem Restaurant und das war es, war es ebenfalls wunderbar entspannt und ich begleitete sie so in das Hostel, in welchem sie die Köpfe der Angestellten zur Verwirrung beschlossen hatte. Also, ja, das ist, ähm, ich meine, ich will da jetzt kein Level drauf packen, aber das sind halt, es geht halt, das ist halt Evo, ne, es geht nur um Action, Aufmerksamkeit, so viel wie es geht, ein Mann wird dann nie fucking genug sein, so, ne, ähm, würde ich jetzt sagen, no, für dich in dieser Zusammenhang, vielleicht mit anderen Partnern ja, aber für dich hier no relationship material, ne, muss man einfach sagen, so mal von Bro zu Bro hier, ähm, dort war es ebenfalls wunderbar entspannt und ja, der Abschiedskuss ging von ihr aus. Auch das ist manchmal, also das beobachte ich bei vielen Frauen, die, wo die Männer beschreiben, dass die einerseits so sehr, äh, feminin sind, aber in, in, in der, im Verhaltensweisen durchaus maskulin, könnte man fast sagen, also auch Aspekte von maskuliner Polarität zeigen. Deswegen sage ich auch, beharre ich auch immer so auf die Polarität, weil das erspart einem viel Kopfschmerz später, äh, und wenn die Frau sich nicht, was sie, was sie definitiv nicht macht, sich nicht in einer weiblichen Polarität verhält, kann man jetzt wieder, äh, akademisch finden, oder, äh, während wir jetzt wieder Leute schreiben, natürlich darf die Frau als erstes küssen, ähm, ja, macht was ihr wollt, ist das eh wurscht, ist ja nur meine Meinung. Gut, ähm, und darf sie natürlich, also überhaupt keine Frage, aber, klar, vielleicht kriege ich auch die Mails, wo sowas gut geht, kriege ich vielleicht nicht, und, ähm, naja, Just saying, ähm, Am nächsten Tag sprangen wir auf einen zuvor mit dem Roller, und ich zeigte ihr die schon entdeckten, entdeckten Sweet Places. Den Abend saßen wir am Strand und vernaschten erst die von mir mitgebrachten Snacks, und ich dann sie. Ja, good for you. Hoffe, hat Spaß gemacht. Ähm, ein Punkt auf ihrer Bucketlist, den sie bis dahin noch nicht erfüllt hatte. Ja, da war bestimmt eine Länge Lovebombing dabei, aber, Gott, ich meine, du bist hierhin, äh, drauf geschissen, du bist im Urlaub, sie ist im Urlaub, vermute mal, du bist Single, sie ist Single. Ihr seid jung, macht was ihr wollt, mein Gott, äh, warum nicht? Erinnerungen kreieren für die Zeit, wo man vielleicht solche Erinnerungen nicht mehr haben kann, und dann sitzt man vielleicht in seinem Rollstuhl später und denkt an solche Sachen zurück, ist doch nice, ja. Ähm, aber du gehörst auch zu ihrer Bucketlist. Du, sie zu deiner vielleicht auch, boah, wie auch immer. Ach ja, und um Mitternacht war auch ihr Schlüpftag, also Geburtstag vermutlich mal, was sie so nebenbei erfuhr. Ich denke aber, dass es ein recht gelungenes Hineinschippern war. Da würde ich jetzt schon wieder denken, aber ich bin halt mittlerweile misstrauisch geworden. Warum feiert sie jetzt Geburtstag mit jemandem, den sie gar nicht kennt? Was ist mit ihren Freunden, Freundinnen? Warum ist sie so allein unterwegs? Aber gut. Ich finde immer schön, wenn man auf sowas noch so unvoreingenommen zugehen kann. Ja, jetzt kommt auch noch was dazu. Okay. Ich fuhr sie dann wieder zurück und nach Hause, und am nächsten Morgen wurde unsere Scooter-Tour fortgesetzt. Ständige Spannung und verruchte Momente inkludiert, und dann war es auch noch völlig natürlich und entspannt. Am selben Tag kam auch ihre beste Freundin nachgeflogen. Okay. Mit welcher Sie schon etliche Dreier hatte. Ich meine, ich will jetzt hier nicht die, ich bin ich auch nicht, die Moral-Tomate spielen. Also, macht, was ihr wollt. Also, ich meine, es ist halt immer die Überlegung, also die Frage ist halt immer, kann man sowas machen, ohne jetzt in so einen Liebessuchtrausch zu fallen, und tut einem das gut. Aber, wie gesagt, das ist ein Abenteuerplanet hier. Du kannst das so spielen, das Game. Aber, wie gesagt, dieses, man sollte dann nicht erwarten, dass da dann mehr raus wird, als Action-Drama, Pizza und Pommes, und amal ist Pizza und Pommes ja auch ganz schön. Also, whatever. Aber das, also, wenn Sachen zu schön und wahr sind, um für dich jetzt vielleicht zu schön und wahr zu sein, ist es wichtig, Bodenkontakt zu generieren und mal zu überlegen, ist es wirklich jetzt, was ich gerade will, und, oder wird hier eine schöne Fantasiewelt aufgespannt, und, weil, noch sind es alles Worte, ne? Aber gut, ihr hattet schon was, aber, naja. Und, das ist auch Teil, manchmal von dem Lovebombing von Frauen, so Dreier in den Raum zu werfen, und, was weiß ich, alles Mögliche, wo sie vielleicht spüren, dass das Fantasien von dir sind, und, naja. So, ich sollte sie dann auch mal kennenlernen, und hey, wer sagt schon nein? Am Abend treffen wir uns auf einer Piazza, nachdem ich circa eine Stunde gewartet hatte. Ich muss dazu sagen, dass mir mein Handy geklaut wurde, und wir nur schlecht kommunizieren konnten. Als ich gerade diesen Flirtaktakt erlegen wollte, und auf den Sprung zum Bus in mein Hostel war, kamen mir die beiden entgegen. Halleluja, schon im Gespräch, im Restaurant merkte ich, dass mich die Selbstverständlichkeit der beiden, immer im Mittelpunkt zu stehen, und jegliche Grenzen des Partners der nachgereisten Freundin zu brechen. Okay, jetzt sind wir, hatte jetzt gehofft, dass es mal vielleicht eine Mails mit irgendwelchen Singles ist, aber natürlich sind wir wieder, ach, ich kenne diese Dreiecke, sag ich einfach, warum ist die Welt so schlecht? Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ja, keine fucking Standards, und ich sage immer, das Wichtigste in der Frau ist Loyalität, sage ich jetzt für die Männer, und natürlich werden jetzt wieder fünf schreiben, ja, für Frauen ist auch das Wichtigste Loyalität, ich kümmere mich jetzt mal um die Herren der Schöpfung hier, das Wichtigste in der Frau ist Loyalität, das, darauf baut alles auf, und, ja, ähm, und, äh, ja, so, jegliche Grenzen des Partners der nachgereistenden Freundin zu brechen, um mich zu erstaunen, die spitzen Kommentaren trieb, trotzdem war es wunderbar unterhaltsam, und von Erotik durchtrennt, ja, das, äh, schließt sich ja an, an die E-Mail der Frau, die ich vor ein paar Tagen vorgelesen habe, wenn du dich in toxisches Wasser begibst, wenn du, äh, dich in so einem Brunnen voll Pizza und Pummel schmeißt, ähm, akzeptiere die Folgen davon, mehr kann ich nur sagen, wir sind alle erwachsene Menschen, es geht eigentlich nur darum, Verantwortung zu nehmen, übernehmen für das, was man macht, ne, wenn du dann sagst, ja, okay, das ist offensichtlich hier, Frauen ohne Moral, ohne, äh, also ohne Loyalität, sagen wir mal lieber, äh, und wenn du dich da reinbegeben willst, deine Entscheidung, ne, ähm, so, ich höre dich schon sagen, keine Dreiecke, ach, tatsächlich, und wo sind deine Grenzen? mh, naja, dir ist ja jetzt noch nicht viel passiert hier, also, ich hoffe jetzt mal, dass die andere wenigstens Single war, mh, und dass ihr ihr geschützten, äh, Geschlechtsverkehr hattet, ähm, in diesem Moment hatte ich aber nichts zu verlieren, man hat immer irgendwas zu verlieren, mein Lieber, den Gedanken solltest du streichen aus deinem Repertoire, du hast immer, das ist ein völlig falscher Gedanke, du hast ständig was zu verlieren, äh, äh, was weiß ich, was auch so was später passiert irgendwie, ne, äh, kann dir irgendwas, was weiß ich, du bist jetzt wahrscheinlich nicht berühmt oder so, aber kann dir irgendwas angehängt werden, äh, kann, was weiß ich, die sind nicht loyal, ich meine, kann dir irgendwas gestohlen werden, kann, alles mögliche kann passieren, so, ne, und, oder plötzlich ist eine Schwanger, oder, denkt, dass nie, dass nichts passieren kann, so, ne, ganz falscher Gedanke, schreibt euch das hinter die Ohren, Männer, ähm, so, und war einfach gespannt, wie alles weitergeht, und ja, das Hotelzimmer der beiden war schön, ohne, dass es zu Sex zu dritt kam, ja, schon, ist die Fantasie nicht, nicht Realität geworden, ne, am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Auto über die ganze Insel, und lang am Strand, die Stunden waren angereichert mit intimen Momenten, und doch war ständig, war ich ständig leicht nervös und unruhig, ja, das liegt an den vielen Dopaminen in deinem System jetzt, äh, mein Pizza-Pommes-O-Meter war wohl jetzt erst angesprungen, ja, am Abend war es dann Zeit, Adieu zu sagen, mein Flieger ging, zufälligerweise kommen wir aber aus demselben, sehr kleinen ostasiatischen Land, und, okay, und, äh, so kam es, wie es kommen musste, da sie sich ein Messenger extra für mich zugelegt hatte, da ich keinen der meistgenutzten aus ethischen Gründen besitze, schrieb sie mich an, sie habe etwas Streit mit ihrer Femme Fatal-Komplizin, also der Freundin, mit der sie da war, und könne mit dem Zug durchfahren in meine Stadt, ob ich denn Zeit hätte, ja, jetzt kommt schon so die Rettungsgeschichte, die ist ja auch in all diesen Geschichten von Männern drin, ähm, okay, aber, ich meine, ganz ehrlich, muss man natürlich bis hierhin sagen, ihr hattet ein Urlaubsflirt, du hattest ein schönes Erlebnis, bis hierhin ist nichts passiert, ja, ist ja alles gut, ne, ist halt nur die Frage, was macht ihr so emotional mit dir, und jetzt, gut, jetzt kommt sie noch angefahren, okay, jetzt gucken wir mal weiter, ähm, ja, dann hatte ich hier noch ein bisschen Knickknack, und, ähm, später waren wir beide auf unterschiedliche Tanzveranstaltungen eingeladen, und trennten, und sie mit der Einladung doch mal zu ihr zu kommen, sie wohne gerade in einem wunderbaren Ort für jegliche Outdoor-Aktivitäten, ja, vermute mal, das ist jetzt eher so, äh, Metapher ist mit den Tanzveranstaltungen, ja, auch hier haben wir dieses flirrige, also, bei mir würden sämtliche Armgabenlocken angehen, also, ich kann das jetzt aber schlechten Finger drauflegen, was genau, es ist so dieses flirrige, offene, und, äh, ungebundene, und dann hat sie schon wieder gestritten mit der Freundin, und, ich würde mir vorstellen, dass diese Frau Drama pur ist, aber, ist, wie es ist, wann du entscheidest, und wem du deine Zeit verbringst, und, naja, darfst du ja auch, gut, genau mein Ding, also, ja, das finde ich halt so kritisch, dass die scheinbar immer genau das trifft, wo du gerade Bock drauf hast, habe ich mich heute Morgen auch mit einer Klientin unterhalten, es ist immer schwierig, wenn Menschen so eine Fähigkeit haben, äh, immer das so rauszufühlen, was man gerade hören will, das macht dann natürlich sehr, sehr, sehr viel Raum für Lovebombing, und, naja, genau mein Ding für mich gehört, Natur und Sport einfach zu nice geil im Leben, nachdem ich ausnahmsweise verlässlich geplant hatte, und meine Vorfreude trotz Nervosität überwog, sagte sie mir einen Tag vorher ab, sie müsse die Schicht eines Arbeitskollegen im Stahlwerk übernehmen, äh, als Stahlwerksheizerin, äh, und speziell, äh, ja, also verständlich, trotzdem war ich einigermaßen angefressen, ja, jetzt geht's ja endlich los, mit dem Drama auch mit dir, okay, ja, siehst du, man wundert mich jetzt nicht, ähm, gut, kurzum bin ich trotzdem in die Berge zu einem Freund, und ließ die Enttäuschung kaum anmerken, lediglich ein etwas herzlose Gleichgültige Anfohren, konnte ich mich verkneifen, dann melde dich und du Zeit in Lust hast, war der Situation immer trotzdem angemessen, nun muss ich dazu sagen, dass ich schon einmal seit mehreren Jahren mit einem ehemaligen Oberabstflirt und Romanzin in einer weit entfernten Stadt verbunden war, und sowieso auch sonst kein Kind von Traurigkeit bin, ja, ich meine, es ist, ich kann ja gar nicht, also man muss sich mal überlegen, ob es einem gut tut, aber wenn das ein Lifestyle ist, ist ja auch, ähm, für gewisse Lebensphasen kann das ja auch absolut schöner Lifestyle sein, solange man fair ist, fair spielt, warum nicht, ähm, relativ einfach Frauen kennenlerne und sich hier und da in einer Affäre einstellt, damit bin ich auch offen umgegangen, vielleicht spielt dafür unsere Dynamik auch eine Rolle, denn nach der Absage habe ich ihre Nummer gelöscht und meinen kurzen, aber heftigen Liebeskummer ausgestanden, in dieser Zeit beschloss ich einiges in meinem Leben zu ordnen, beendete die mehrjährige Affäre und richtete meine Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf mein Umfeld in meiner Stadt und der Gestaltung meines Gartens, am selben Tag schrieb sie mir trotz Block auf besagten Messenger, kann das gehen, äh, und was sie blockiert, okay, ähm, ob denn der Zug für sie nun abgefahren sei, oder ob wir uns auf ein Bier treffen wollen, ja, das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich herrlich, ne, das jetzt, es muss Drama geben für sie, ist so mein Eindruck und deswegen herrlich, ne, jetzt hast du sie geblockt, jetzt kann sie wieder, gegen den Block wieder gegen an gehen, guck, also kann sie wieder den nächsten Ego push, ob sie dich jetzt wieder kriegt, dann kann sie sich wieder scheiße behandeln, dann kannst du sie wieder blocken, dann kann sie da wieder gucken, ob sie den Block umgehen kann, herrliches Spiel, das könnt ihr, könnt ihr noch richtig schön lange spielen, aber ist es das, was du willst, das ist einfach die Frage, ich meine, du kriegst es ja her, klar präsentiert, wie sie ist, ne, so, ich habe drei Tage für die Entscheidung gebraucht und sagte zu, wenigstens wäre eventuell eine Erklärung für das Absagen unseres Treffens bei ihr drin, dachte ich, weit gefehlt, nachdem wir uns einen Kaffee getrunken haben, ähm, ja, gab es wieder knickiknacki, ach ja, ja, okay, äh, auch dieses, ja, gut, ich hatte aber das Problem, dass ich die ganze Zeit noch nicht schlafen konnte neben ihr, mh, was sagt uns das, nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten, mh, vielleicht bist du in so einem schönen heiß-kalt-Wirbel, aber wie auch immer, es ist dein System, was das, äh, ist hier das meine ich, tut dir das gut, ist genau, was ich meine, ne, konnte die ganze Nacht nicht schlafen, wir waren abwechselnd heiß und dann wieder speiübel, ja, das kommt vom Drogenkonsum, ne, kann ich dir sagen, also von dem Liebes-Drogenkonsum, meine Gedanken rasten und so weiter, völlig geredet war ich nicht ich selbst, am Morgen danach stand ich diesen Tag irgendwie durch mit dir, das ist der Kater von Liebessucht, von einem liebessüchtigen Date, ich kann da niemand, äh, ich weiß nicht, ich bin nicht das Bundesliebesministerium, also, ich kann, also das macht Spaß, solange es halt keinen Spaß mehr macht, und, äh, man kann sich eigentlich davon ausgehen, dass die guten Momenten in solchen Beziehungen immer weniger werden, und die schlechten immer mehr, wie bei Drogen halt auch, aber am Ende des Tages muss das jeder selber wissen, ne, ähm, ja, völlig geredet war ich, also, äh, erstaunlich, wie sich manchmal eine ganz andere Perspektive einnehmen lässt, durch Schlafmangel, ich sah mich selbst bei diesem idiotischen Handeln zu, hatte keinen Hunger, nächstes Symptom, und war in keinster Weise so spritzig, und durchaus lustig, wie ich es mit anderen Personen war, in anderen Momenten sein kann, am Abend kam noch ein Schönwars, mit Kussmali, worauf ich antwortete, same here, äh, wo habe ich meine Grenze nicht gesetzt, und wo sind die Deal-Breaker, die ich übersehen habe, ähm, ich meine, ist ja jetzt noch, eigentlich nicht viel passiert, also, was soll man jetzt sagen, wo sie, gut, sie hat mal ein Date, ähm, abgesagt, kurzfristig, äh, ja, es ist im Grunde genommen Deal-Breaker, aber, ist ja jetzt nicht so viel, passiert, äh, du bist halt jetzt, schöne Dickel zu ihr, und das macht es halt schwer, ähm, und das ist halt einfach das Problem, und Grenzen, du hast ja Grenzen gesetzt, nur, die lässt sich natürlich wieder aufweichen, ne, also, du bist dann zum Schluss gekommen, ist ein Deal-Breaker und blockst sie, und gibst dir die zweite Kugel, damit sie dich wieder abschließen können, ja, aber, viel mehr ist eigentlich nicht passiert, ne, aber, ja, ist halt, eine von Fantasie und Liebesuch getränkte Dating-Situation, häufig der Start in hochtoxische Beziehungen, und, ähm, was auch immer du da jetzt nicht gesehen hast, also das hast du vielleicht nicht gesehen, aber eigentlich auch doch, du schreibst es ja zwischendurch, jetzt geht es darum, eine erwachsene Entscheidung zu treffen, ist das der Lifestyle, den du jetzt pflegen willst hier, aber selbst wenn du einen lockeren Lifestyle pflegen willst, würde ich nicht solche Dates machen, weil die machen dich liebessüchtig, und, ähm, mit den üblichen Konsequenzen, also, meiner Ansicht nach, ist es wirklich eine hoch, auf eine gewisse Art, das hätte ich eine gefährliche Dating-Situation für dich, glaube ich, tatsächlich, und, musst du wissen, ob du, äh, da mit der Gefahr spielen willst, oder, äh, ob du sagst, ist den Drogenrausch nicht wert, äh, aber das kannst du nur entscheiden, so, ne, ähm, aber mir stehen da schon ziemlich die Haare zu berg, obwohl jetzt gar nicht viel passiert ist, aber man merkt einfach das Potenzial, was da drin ist, und, ähm, kannst du dir mal irgendwann schreiben, falls du es weiterführst, wie es weitergegangen ist, ich glaube, das wird noch, würde noch ziemlich krass werden, also, lass dein Ego draußen, und entscheideweise, in diesem Sinne, wir werden es bald wieder sehen, wie es weitergeht,